Oder dich verlieren. Gut, dann greife ich ein mit Passive Boulder. Ja. Auf die Schlange eben dort. Ähm, warte, ich muss noch so ein Ding da hinlegen. Also das ist noch gar nicht gewandert, oder? Oh ja, ich muss das da hinlegen. Nein, das ist noch kein einziges mal gewandert, oder? Auf jeden Fall hinlegen. Und ich zähne Karte. Mal zwei. Ist sie gekillt? Ja, die ist immer weg. Die Acht ist tot, und der andere kriegt noch einen Schaden. Genau. Die Passiven kriegt einen Schaden. Ja. Kann man so sagen. Ja. Ja, schau dir an. Ich mein. So, jetzt hast du noch die Unterhälfte von Warp Cable. Nein, die werde ich nicht verwenden. Sondern ich werde, also schon, aber halt nur zwei Bewegungen nehmen. Ich werde die Karte nicht wegschmeißen. Ja. Im Frühjahr. Ich werde mich daher ziehen. Ähm. Vielleicht eher daher. Was? Ich bin... Der René und ich hatten den selben Gedanken. Stell mich eher daher. Okay. Mega ein Durchgang. Ja, genau. Ja, genau. Da hältst du den anderen Weg frei. Ja. Ja. Verstehe ich. Wenn ihr den selben Gedanken zur selben Zeit habt. Ja. Das ist g'schört, ja. Nein, ich habe es vorher überlegt, aber ich habe mir dann gedacht, äh, ich bin... Ich hoffe, die Schlange werden sich nicht weit bewegen, sondern so. Okay. Apropos, ähm, jetzt sind... Warte mal. Die Wörmlings waren schon dran. Nein, die, äh, weiter sind fertig dran. Äh, äh, Michi mischt den Deck dann, dann. Die bewegen sich um einen feind. Und machen sonst nicht viel, weil sie, ähm, niemand den Reichweite haben. Ich glaube, vom gekochten Fleisch sind sie angelangt, äh, und das liegt zu hoch. Das liegt zu hoch am Tisch. Also gehen sie auf uns los, die wir gekochtes Fleisch tragen. Ganz kurz mal zum Thema Realismus. Hast du dir meine Charakterkarte schonmal angesehen? Oder die von Andy? Oder... Deine eigene geht ja noch. Ja, der Tigere geht ja auch noch. Aber schau dir mal die Charakterkarten an. Also, bitte. Realistisch bleiben. Ja. Unbedingt. Ich hab keine Ahnung, was du meinst, aber du hast sicher recht. Ja, das sind, weißt du, das sind magisch gesteuerte, äh, äh, Flangen. Das ist ein, ein, ein... Wird ausgelöst, weil wir das Fleisch da draufgelegt haben. Werden dann einfach zu blutrünstigen Monstern, was jedes noch lebende Wesen da kiemen möchte, werden dann das Fleisch auf den Tisch tragen, werden es dann da drüber tragen, werden es kochen und werden es wieder da zurück tragen und sich dann verpissen. Okay, kurz gesagt, die Liebern sind vom Fleisch angelockt worden, aber haben dann was Leckereres gefunden, was jetzt von uns geht. Sagen wir's. Ja, das, das ist gut. Das ist gut. Warte mal, das ist gut. Ja, das können wir nehmen. Warte, mach bei mir einfach ne 6 draus. Mhm. Äh, du greifst vorher nichts an. Nein, tust du nicht. Bist du daneben gestanden? Ja. Das ist deine, die vorletzte, die vorletzte Crackling Air. Ja. Mhm. Ja, die letzte, brauchst du für was anderes. Ja. 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 Okay, da würde ich uns... Parken uns bitte, dass irgendetwas Positives passiert. Keine Gedanken mehr machen. Warum liegt da noch immer ein Totem? Ich glaub, das Obstertusen ist mir noch da. Das weiß ich nicht. Ja. Ähm. Ja. Gut, das Fly... Wir sind am Ende des Südels. Ah ja, ich krieg auch 2 Schaden. Mhm. Du hattest mehrere. Mhm. Ähm. Die Erdenergie geht auf Raining. Ähm. Ähm. Es kommt doch immer wieder. Es kommt doch immer wieder. Ne. Der Mische kills sie eh dauernd. Und alle. Hier. Okay. Ähm. Ich hab sowieso nur noch 3 Karten. Ich kann meinen Trank einsetzen und 2 Karten zurückholen. Also ich bin ein bisschen länger im Spiel. Wir gehen in die nächste Runde. Das ist auch gut so. Weil du willst eine Runde jetzt für mich dann tanken. Ja, ja. Das mache ich. Ich werde jetzt in den Langenrest machen. Obwohl ich noch 3 Karten hab. Aber ich hab sonst nichts zu tun mit dieser Runde. Deswegen mache ich die Langenrest lieber jetzt. So. Okay. Gut. Ich schau also, dass ich möglichst früh dran komm, was aber immer noch nicht wirklich früh ist. Du kommst mittelfrüh dran. Du wirst auch eine Langenrest machen, oder? Ja. Ich mache mal das hier. Dass es nur wieder umgeschickt ist. Was tust du mit diesem Token? Was tust du? Was tust du? Wird damit geschehen? Entschuldigung. Ich spreche gleich zusammen unter dem Gewicht des einen Tokens. Geh Pfoten weg! Michi? Michi? Du! Troll du! Hör auf damit! Ich war heute ein harter Tag. Wenn du dich besser fühlst, dann sei es keiner. Hat er was wert, ne? Jetzt ist es zu klein. Ja. Und was noch kleiner. Ich erwische nicht mehr. Ich muss genau den Pixel erwischen. Nein! Das ist zu klein geworden. Egal. Irrscht. Jetzt troll ich dich Michi. Ich habe es gelöscht. Das ist echt. Ja, verdammt. Wir hatten es nie zufrieden. Nein. Echt zwei langere. Ist nur gut. Ja. Okay. Wir schauen uns an, wie unser Fleisch kocht. Derart. Achso, ihr habt eure Karten schon, oder wie? Ja. Okay. Schauen wir mal, was die Scouts machen. Die bewegen sich gegen den Uhrzeigersinn. Ja. Nach niedriger. Das ist wichtig. Und die Liefern sind relativ spät dran, bewegen sich aber diesmal mit beidens. Verdammt. Ohne Text Targeting Giant, wie wird das schon? Advantage. Das sind viele Leute, die nach ihm dran sind, wie du. Roof. Jump. Hm. Assistan wird mich überholen. Gut. Der Ande wird Fokus sein. Ande, mit 27 bist du das Erste dran. Gut. Dann mache ich zuerst meinen Kampf. Und dann mache ich einen Entfernenangriff mit Spare Dagger auf die da oben. Warte, stopp. Ähm, wieviel Schaden machst du? 3. Leben hat die noch? Hm. Wir haben alle 3, ist es wursch. Achso, nein, nein. Die 7er hat nur noch 4 Leben. 4 Leben, gell. Okay, ja, naja. Wollen wir den Schaden verteilen, weil ich halt auch die Ranger Dagger einsetzte. Also, wenn er die 7er killt, dann kann ich auch die 1. Dann greift ihn eine weniger an. Nein, stopp. Und der hat eine bessere Chance. Nein, stopp. Halt, ich kann die 9er mit Push noch zurückschmeißen. Aber die sind vor mir dran, gell? Gut, dann greife ich die 7er an. Das ist mir geil. Ähm, Ande. Ja? Hast du die gleich Goggles? Stimmt das? Die könntest du jetzt einsetzen. Dann hast du gute Chance, die 7er zu killen. Okay. Weil ich seh sonst eh keinen Nix mehr. Untertipp. Untertipp. Hm. 7er? Ja, passt. Danke, hat sich verlegelt. Passt. Zertarne dir auch einen kill. Und ich hab keinen Punkt. Okay, ich glaub das war dein Zugang, oder? Das war mein Zugang. Die Erfahrung hast du genommen. Windenergie. Und sich am Windenergie erzeugen. Dann sind jetzt die Swords dran. Und ich setze jetzt in meinem Zug noch. Ist es noch mein Zug? Kann ich die Funktion entsetzen? Ja, ja. Ohne zwei Nachrichten. Ja. Ah, dann ist es weg. Ähm. Ja, das ist ja jetzt der perfektionistisch. So, was ich jetzt mache, Edge. So. Ja. Ja. Das ist ja jetzt der perfektionistisch. Na geh. Da steht er schlecht. Danke, Ende. Ich stelle ihn wieder zurück, dass er schön steht. So. Nachher Scouts sind die Liebern dran. Die bewegen sich mit 3. Und haben Jump. Es gibt aber nur noch zwei. So. Es fängt Nummer 4 an. Und die fokussiert den Ande. Geht hierher. Mach das. Ich mach das. Schau auf den Schatten. Schau den Schatten an. Ja, und? Und jetzt lass sie fallen und schau was passiert, Edge. Eines was anderes. Ja, genau. Wurscht. Lass sie schief stehen. Ich mach das nachher. Ähm. Die macht einen Angriff von 1 und vergiftet dich Ande. Das ist in der Karte. Äh. Plus 0. Du kriegst einen Schaden und bist vergiftet. Ähm. Ein Gift-Token habe ich hier noch rumliegen. Wenn es ihm schenke ich dir. Nicht nötig. Ja. So. Und die Neuner greift auch Ande an. Weil er die niedrigere Initiativen hat. Ich halt's aus. Oh. Hierher. Und vergiftet heißt jetzt ich krieg einen Schaden mehr oder? Ja. Vergesst das immer. Die stehen jetzt ein bisschen blöd im Weg außerdem. Am Weg zum Tisch. Ich hab wieder einen Kram. Weißt schon. So. Na warte. Die macht dann mal einen Angriff von 2 diesmal. Hast du schon? Du kriegst jetzt mal keinen Schaden. Wir schauen was ihr Angriff ermöglicht. Du kriegst keinen Schaden durch das Gift. Also ich zieh ne Karte. Angriff 2 plus 1. 3 Schaden. Was macht das Gift dann nochmal schnell? Sie erhöht den Angriff um plus 1. Okay. Nimm dir 3 Schaden. Ja. Ja. Ich hoffe du kommst nächste Runde um diese ganzen Hintern herum zum Tisch hin. Ich hab eine Schaden. Okay. Ich hab 2. Ah du hast ja die Karte wieder geholt. Michi. Genau. Ich hab eine ziemlich kranke Idee. Ich könnte. Wir haben Windenergie. Ich könnte vom Crater die untere Hälfte verwenden. Und hier hinspringen. Da mach ich gleich mal 2 Schaden auf die Dinger. Ja. Und dann verwende ich noch Avalanche. Und mach den Angriff mit der Tag plus 4. Und würde aber 2 Karten verlieren. Muss ich jetzt. Aber die Schlange werden wir mal weg. Ich bin nicht kein Fan. Michi. 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 Es ist zwar unwahrscheinlich. Aber. Warte mal. Wie viele Karten hast du wenn du das nicht machst? Du hast noch 60 Karten. Super. Aber. Es ist folgendes. Wir brauchen immer noch den Plan B. Auch wenn er momentan nicht zu ausschliess. Ja. Okay. Gut. Dann behalte ich mir die Luftkarte. Spar bitte. Spar bitte. Spar bitte Karten. Und im Gegenteil. Was du jetzt machen solltest. Ist dich eher hier zum Tisch hinbewegen. Und da irgendein Fleisch aufheben. Und vor allem. Nein. Ich habe jetzt noch 2 Züge. Nein. Also ich kann mich noch ein bisschen um Schlangen kümmern. Nein. Pass auf. Ich werde mit Crater die obere Hälfte verwenden. Und pushe diese Schlange, diese Vip um 2 Felder zurück. Das ist sehr gut. Dann müsste die da her fliegen oder? Ja. Ja. Und ich werde aber eine Long Rest machen müssen nächste Runde. Weil ich bin. Ich habe keine Karten nachher mehr. Ja. Das heißt ich werde mich hier hin bewegen. Weil was ich nicht brauche ist eine Schlange nach hinten drauf. Ja. Ja. Weil die. Der Brut sollte die. Wenn geht ab. Ab. Was auch immer. Ja. Der Brut ist jetzt nur zum Tanken da. Ok. Aber wenn ich die jetzt angreifend pushe müsste die hier nach hinten fliegen. Ja. Das muss sie nicht. Das wird sie. Ok. Ich mache einen Angriff mit Crater auf die Viper 4. Ok. In den Karten. Dann muss der denn er gehen. Bist du. Uh. Hey Leute wir haben was vergessen. Ich habe ja aktiviert dass ich Retaliate habe. Von wem bist du angegriffen worden? Du bist ja jetzt nicht angegriffen worden. Nicht jetzt. Aber die Runde davor oder? Nein. Wo ich das. Also das gebe ich das Gift. Nein das stimmt nicht. Du hast recht. Entschuldige. Ich glaube das ist das Gift schon eine Beine. Ja. Ja. Also Plus Null. Ich habe Plus Null auf die Viper 4. Ja. Da hast du es noch nicht. Das hat schon gepasst. Die kriegt 3 Schaden. Geht von 5 auf 2 runter. Genau. Und ich schmeiße sie um 2 Felder zurück. So. Kann ich über den Optionen jetzt was einstellen. Und ich bekomme eine Erfahrung. Yay. Erfahrung. So. Jo. Das war's. Ja. Ja. Ich versteck mich hinterm Blut. Ja. Der René und ich machen unsere Long Less. Das heißt unsere Lebenspunkte bleiben gleich. René. Ähm. Der Gift Token geht weiter. Achso. Du. Du heißt dich. Du verlierst aber dann 2 Leben. Ja. Werben. Ich werde dich. Ich werde dich nicht heilen. Ähm. Ähm. Ich. Ich. Ich habe so viele wichtigere Dinge zu tun als dich zu haben. Nein. Eventuell heile ich dich. Wenn du alles Fleisch aufhebst. Ich muss mir das mal anschauen. Wie ich das für Ziele gestalte. Ich muss mir den Ziele jetzt genau überlegen. Weil jetzt. Du musst jetzt diesen Hammerangriff machen. Mit Eagle Eye Gordon ist der letzten Nutzung von Cracking Air. Du musst all dieses Fleisch auf einmal aufnehmen. Das wandert übrigens. Das Fleisch wandert weiter. Der Wind geht auf Raining. Eine neue Deeper kommt. Das ist Nummer 1. Ähm. Ich vertraue mich. Ich gehe jetzt kurz eine rauchen. Ich bin eh gleich wieder da. Ich bin auf Long Rest. Was ist mit deinem Token? Was ist mit deinem Token? Rene. Das ist aber zentral. Dass du das schaffst. Ich mache mich nicht den Rösseren, ich fühlst du. Ja, ich bin eh. Um es zu schaffst. Ich muss mir genau überlegen. Was ich da jetzt mache. Ich muss mich auf jeden Fall hin bewegen. Und dann bin ich gefährlich angreifend. Und dann will ich die Hand an. Wie ist der da da. Lass mich nur alleine, dass ich über meine Karten nachdenken sollte. So, da. Na gut. Da ist ja nur noch eine Schlange da. Was ist passiert? Da sind zwei. Eine ist wieder gekillt worden. Eine bei mir, meine ich. Nein, es sind drei insgesamt. So, jetzt ist der René weg. Den wollte ich gerade fangen, wie viele Felder er sich bewegt. Das ist sogar relativ zentral, dass ich das weiß. Das weiß ich nicht. 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 Ja. Ja. René? René, pass auf, ich habe einen Plan Oder beziehungsweise, wenn ich die Karten aufdecke, dann soll ich den Plan Wir sind alles weit, gell? René, du wirst es schaffen Nein, vor allem, ich habe, ich habe, ich hätte jetzt Du weißt es noch nicht, aber ich hätte Nein, viel besser So, ich ziehe mal für die Weiber Die sind mit 32 Oh, du bist ja unspät dran, aber ich bin noch später dran Das ist auch gut so René, das war wichtig, dass ich nach dir dran bin Nein, das habe ich geglaubt, dass das selbstverständlich ist eigentlich Weil du wirst den Angriff machen Und je nachdem, ob du das ganze Fleisch aufnimmst oder nicht Kann ich was anderes machen oder muss auch das Fleisch angreifen Und schau dir meine Karten an Dann kannst du vielleicht vorstellen, was ich plane Wenn du das Fleisch aufnimmst Und du weißt Und du weißt, welche Karte du aufnimmst Wenn ich die untere Hälfte von Stamina Booster auf dich spiele Ich werde wahrscheinlich die untere Hälfte von Stamina Booster auf dich spielen Du kannst eine deiner verlorenen Karten aufnehmen Unter anderem Ride the Wind Also Ride the Wind kannst du auf die Handeln Aber jetzt schauen wir mal, dass der andere funktioniert Na bitte, es wird nicht Egal Mit 27 fängt der Handel an Okay Also Die Frage ist jetzt Das kann ich auch machen 53 ist im Nutzungsjahr Der Punkt ist nur, René Ich kann das nur auf Reichweite 3 machen Die eine Karte zu geben Und du bewegst dich vor mir Also wenn du dich vier Felder wegbewegst Da reiche ich dich nicht mehr Das sage ich nicht Aber das überlegen wir uns, wenn du dran bist Das allererste, was wir tun Damit gar nichts schief geht Damit gar nichts schief geht werde ich zuerst einmal Move 2 machen Und dann Attack 2 Auf die hier Okay Ist, glaube ich, gekillnt Genau Ist weg Eine Münze Eine Münze Nein, keine Münze Ich habe noch nicht eine Münze aufgehoben Es gibt keine Münze aufzuhalten So Und ich liefere mein Fleisch ab Das heißt, hier sind jetzt 23 Also es war nicht viel Aber immerhin Das ist jetzt abgeliefert Und als nächstes Mit Fernangriff Ist euch wahrscheinlich lieber Wenn ich den Neuner angreife Ja Du kannst kein Fernangriff Nicht der Einser Ja, stimmt Du musst die Unterhälfte von Sperredegger nutzen Entweder für Bewegung Oder für Kannst Fleisch Oh, verdammt Verdammt Greif den T-Shirt Warte, warte Da mache ich es vielleicht anders Dann greife ich zuerst die an Nein, darfst du nicht mehr Und dann mache ich den Buch Zweig Ande, laut Regeln darfst du es nicht mehr Sobald du eine Attack-Modifier-Karte gezogen hast Ist das fix Da gibt es kein Zurück mehr Wenn du einen Angriff ausführst Und eine Attack-Modifier-Karte gezogen hast Darfst du nichts mehr Dann habe ich das einfach jetzt falsch Es ist keine große Trage Weil die untere Hälfte von Juggernaut Wird dir eh nicht viel helfen Weil du kaum mehr Karten hast Ich nehm Ich reiche das Fleisch an Sehr gut Und ich nehme ein Fleisch auf Nimm gleich das, was da liegt Das ist das letzte Fleisch, was irgendjemand von uns aufnehmen wird So Glaubst du? Okay Ja Nein, der René wird jetzt noch eins aufnehmen Aber ich mein rohes Fleisch So Die Vipers sind dran Die bewegen sich mit 2 Mit Standard Greifen dann Standard mit 2 an Und wenn das Ziel neben einer anderen Vipers steht Gibt es bis 12 Mal Angriff Und ich mache eine Long-Reist So Vipers 1 fängt an Und fällt zum Ande hin Und greift dann mit Angriff 2 Die Long-Reist wirst du nicht mehr machen Wieso? Wenn du jetzt tot bist Ich habe noch 6 Leben Jetzt machen wir mal die Runde fertig Und die Long-Reist ist am Ende der nächsten Runde So Angriffswert 2 Du wirst vergiftet gewählt Oder bist du schon vergiftet? Bin schon Nein Das ist Angriff 3 Ja Ich ziehe eine Karte 3 Minus 1 Du kriegst 2 Schaden Ich habe noch 4 Leben Das überlebe ich Die andere Vipers Die Nummer 9 Die geht auch 10 Na warte Nein Nein Das war letztendlich Die Schlange Nein Ich mein Die Schlange Muss neben einer Schlange Stehen das Plus 2 Angriff bekommt Nicht das Target Nein Da steht der Target Achso Ah ja Das Target Oh shit Ja also ein Angriff Entschuldige Ich glaube du wirst eine Karte abwerfen müssen Ja schauen wir mal Zieh eine Karte Ja Also 5 Minus 1 4 Schaden Ja Ich darf die Karte abdich Na Aber dann kann ich jetzt kein Zug mehr machen Doch du kannst noch eine Long-Reist machen Das ist dein letzter Zug Nein kann er nicht Er muss ja eine wegwerfen von der Long-Reist oder? Nein Er hat eine noch auf der Hand gehabt Ja er muss aber jetzt die Karte abwerfen Das hat er gerade gemacht Er hat noch eine auf der Hand gehabt Und jetzt hat er noch 2 im Disker-Pile Er hatte 3 Karten Eine auf der Hand und 2 im Disker-Pile Jetzt hat er nur noch 2 Bei dem Disker-Pile und die sind genug Und meine Long-Reist zu machen Ja Ich habe nur Leben Aber ich kann das nicht auf 0 runter tun Du hast 4 Leben immer noch Ah stimmt Stimmt das reicht Das reicht Entschuldige Einmal kann ich noch tanken Genau Die Scouts sind dran Und bewegen sich im Uhrzeigersinn So wo wollen wir den einen hinstellen Da steht so und so In einer Viper Diese Viper wirst du nicht tanken Die wird den Scout eingreifen Wie viel hat der Hand Also wie viel Also die Initiative vom Scout Entscheidet sich da Aber jetzt kommt mal das Zentrale Jetzt ist der Remote dran Jetzt hängt alles in der Wahn Dann muss ich eh nur 5 Aufnehmer Da ist er schon Die Seite muss trotzdem noch 5 Ja Es war Wir haben schon ziemlich sicher Also Du nimmst alle 6 auf So und jetzt können wir durchplanen Muss das nur noch abhilfen Ich würde dich bitten Dass du nur 3 Felder jetzt ziehst Weil dann bist du in Reichweite für mich Du hast aber noch 2 Freista liegen Er wird nicht 3 Felder ziehen Hartmann Das Risiko ist zu hoch Dass er stirbt Oder halt ein Schadenkomplik Ich gebe dir eine Karte zurück Und du wirst Striper Windmonen Und dir ist alles wurscht Du hupst einfach zum Tisch hin Du brauchst deine Lebenspunkte nicht mehr Niemand greift dich an Du hupst zum Tisch hin Und lieferst das Fleischhaut Der Rest ist komplett irrelevant Verstehst du? Wenn er jetzt ein Schaden bekommt Dann muss er Wo soll er ein Schaden her Kriegen? Ja, wenn er da 3 Felder Also 3 Felder Daher muss er ziehen 3 Felder Genau Daher einfach Ja, der Zug ist beendet Aber er kann Warum soll ich da her ziehen? Warte Michi, schau mal bei mir Schau mal eine Karte Stemina Booster Die untere Hälfte Wie spiel ich jetzt? Ich bin eh dran Ich mach's jetzt gleich Ich spiel Stemina Booster Die untere Hälfte Von René René, du darfst Eine verloren Karte Die wieder auf die Hand zurücknehmen Na, nimm bitte Right away Wär ganz angebracht Okay, jetzt verstehe ich Und die obere Hälfte Von Inkbong Lass ich ersatzlos verfallen Das wurscht ist Wir haben mit nächster Hunde raus Ich nehme 3 Schaden Nein René muss doch sein Ziel Ja Wozu? Du springst zum Tisch Ich weiß das Achso Lass ihn einfach Wenn ich das gewusst hätte Hätte ich's nicht gemacht Dann fahre ich das Dann hilft mir René Und dann passieren solche Sachen Ich habe eine Nein, hätte ich dir die Karte Nicht gegeben Ist der Ruf schonmal ruiniert Der Andes Sein Ruf war Ungefähr Nach 15 Minuten Der ersten Session Räuniert Du hattest deinen Bis jetzt noch Also ich werde Zweite zwei Leben nehmen Ich mache jetzt Die Long Rest Die Karten Nimmst du auch zurück Und eine Musik abwerfen Ja So der Wind verfällt Und ob ich nur noch Haben wollen Das ist lustig Ich mache eine neue Viper Die sind alle Standard Die muss ich händisch in der Gate Lassen Nummer 5 Übrigens Die Viper Nummer 9 Die ist schon die ganze Zeit da Und die hat noch Keiner angekriegt Und da sieht niemanden Ich wollte sie angreifen Aber ich habe die Karten in der falschen Reihenfolge gespielt Normalerweise Naja Nächste Runde Würde ich sagen Wir haben alles Jetzt mache ich eine Long Rest Leute Ich muss sie mal Mischen für die Vipern Was mich sehr freut Nein eben nicht Du Beschließt das Spiel Ja noch nicht Du Egoist Sonst hätte ich das Spiel noch lebend Schaffst Wenn du es jetzt noch beenden würdest Dann würde ich das fälschierenden Fußes verlassen Aber nein Ich kriege noch zwei Erfahrungen für die Karte die ich Ihnen gegeben habe Ich habe vergessen Wo sind eigentlich diese Dinger die man hinlegt wenn man Long Rest macht Da ist so Ah die sind das Alles klar Danke Nein da ist nicht Nein da ist nicht Nein da ist nicht Er hat eine entsprechende Größe Ok wir haben Ah nein nein Da hat er nicht gemacht Wenn wir was in diesem Zug Theoretisch Ja Weil der René jetzt nicht fertig wird wird jetzt seine Scout noch sterben und das ist ganz schlecht Urlaub Ja Wir werden es einfach hinnehmen Wenn du mit drei Leuten im Channel bist und das Wort du verwendest dann machst du was falsch Er hat uns damit alle gemeint aber keiner kennt es Keiner kennt es Jesuskreis Es hat schon gelebt in den 80er Ja Christian Slater Meinst du Wirklich Nein Ich habe jetzt übenden Namen gesagt Der Hartner hat es unbewusst hat es gewusst Vielleicht kann wirklich in deinem Unterbewusstsein alles abgeschlecht von welchen Plätze besser sind Ja sicher keine Aber du hast ihn nicht gesagt Aber ich habe heute mit dir in der Früh geredet und ich habe schon mal Du hast gesagt du hast geschaut aber du hast nie Also entschuldige ich habe es schon reserviert Ich werde wild trotz Ja Wir haben jetzt kurz einen kurzen Augenblick Einstück geredet Entschuldige Nein Entschuldige Ich habe zwei Paarzen hinten in der Mitte Nämlich An den Nicht nur wir vier sondern meine Schwester Ich habe gesagt ich habe schon mal reserviert Nein Ich habe gesagt ich habe schon mal reserviert Nein Okay Entschuldige Dann Ja Ja Aber trotzdem Danke dass du es gemacht hast Ja Ich bin ein Schläger Nein Nein Ein Schläger Schläger Und Schläger Und Schläger Ich habe schon mit dir einen Schläger Also Das hat mir Ob竹